äh warum live testen rausgeflogen ich bin top dass alle rausfliegen ich glaube ich ich leere jetzt erstmal dieses 1k stowage 1k stowage da ist eine 1k stowage drin ja 1k stowage bitte kannst du wiederholen zenders 1k stowage ok ist das lächerlich musst du lenny und so sagen nicht mehr ich lehre die nämlich da war glaube ich auch blick ganz weg na ja aber aber in der foot kurz weg aber das ist schon eine das könnte passen mit dem kurz das hat er gerade gepostet kurz weg hat er gerade gepostet sein zwar immer schnell weg ich habe den pc anlassen kurz wahrscheinlich nur erst noch rausgegangen alles ist gleich leer so er ist aber duplizieren ja fertig problem gelöst also es ist nervig mit dem wabba immer so wie was das jetzt gemacht ich habe gar nicht ganz zugehört ich habe gerade wabba dupliziert 1 2 3 4 5 6 davon scheren da kupfer kann auch aus dem goldbräut dann wird das wieder was sein dass alle wieder rein zu können wünsche dir für spaß ne oh egal und dann war da war noch die 4k bei und eine adjus table im e-storage kann ich beide nicht wirklich gebrauchen finde ich ähm wo die 1k kann man die irgendwie ja was denn ähm warte mal plastik cheats da ein stack plastik cheats und dann brauche ich wenn ich die mit eisen macht dazu ein kurschen table zählen zu sein was wenn ich ja keine ahnung wenn ich 3 von diesen mk1 habe eine adjus table aha also nicht was du meinst aber wird schon passen ja man kann die zu einer anderen test machen aber ne ach das sind nun nicht das sind schlosspile ach das sind die geschlossenen damit kannst du auf und zu schließen wieder was und adjus ja da kannst du mit rechtsklick sneak und rechtsklick kannst du die glaube ich schließen ok hab ich hier irgendwas reingepackt das ist glas 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 ja ich kann den namen hier richtig ausspielen deswegen ja acquistable 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 ne ja immer diese englischen wörter ne ja englisch braucht kein mensch doch jeder nicht jetzt habe ich kein stil mehr habe ich dennoch pick iron kack das geile ist pick iron ist wie stil beim craften so geil 2 3 oh das waren zu viel egal oh nein mehr hm als nächstes kisten 1 2 3 4 5 6 warte mal ich glaube ich lächel doch erst 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 6 10 9 10 9 10 10 10 11 10 10 tschüss Plastik Cheat, habe keine Zeit für dich. Ich brauche Gold. Wo ist denn Eisen? Da ist noch Eisens Deck. Das werden jetzt mal Diakisten gemacht. Ja. Ist ja sonst zu langweilig dafür. Mach das. Ja, damit gleich die untere Etage läuft. Wenn die untere Etage läuft, dann haben wir fast schon Jackpot. Laufen nämlich die ersten sechs Felder und das ist meist schon enorm. Fehlen da nur noch vier Etagen, aber macht ja nix. Macht mich nicht. Nö. Wo haben wir denn Diamanten hingeschmissen nachher? Dias. Machen wir acht Stück. Acht Dias. Toll. Auch wieder kein Glas. Mehr veranstaltet natürlich sowas. Kein Glas. Du? Ja. Zwanzig Gold. Danke. Verbrauchstest du selber? Ah, ich verbrauch grad maß und weise davon. Stackeisen hier, Stackeisen Gold da, Stackeisen hier noch dafür. Mach doch nix. Machst du ja alles, ne? Noch. Noch. Langsam geht's auch mir an. Genau das gleiche, genau das gleiche hab ich auch gesagt, wo ich die Power gecraftet hab. Ach, die war doch billig. Ja. Du weißt es. Die war aber billig. Feuere Sachen. Hervis. 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 Die Dinger war ich noch. Ich muss noch 13.000 Kabelstorn aus Starbridge rausnehmen. Weil er noch nicht so viel rüber transportiert und geschoben hat eben. Lächerlich. 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 Ich seh'n das. Ja, heute n bisschen bist du fertig damit ist. Ja, was du? Und um die Diskette zu leeren, muss ich erstmal in der ganzen Skulls von rausfahren. Und Gold! Ich mein, der braucht da unten Gold. Verdammte Scheiße hier. Aha. Ich will kotzen. Ich will kotzen. Ich will kotzen. Ich will kotzen. Wer braucht zum Queften so viel Gold? Ist unmöglich hier. Einer ist da. Diese Frechheit, dass man so viel verbrauchen muss dafür. Du stellst sie hier auch mal an. Meine Güte Flash. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ich stell mich einmal das näher auf dieses Rezept. Ja. Dann lass das doch sein. Nö. Nein, nein, nein. Dann stell dich nicht so an. Ich brauche es, aber ich stell mich an. Das mach ich immer lieben gern, Zendos. Ich merk schon. Ich merk schon. Nein, nein. Nein, nein.